Die Affen zum Beispiel trampe in jeder Außenseite als Gemeinschaftsfremdtod. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschen gelten. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Bei den Grafen bei Nadotte. Der englische Rundfunk berichtet das. Himmler. Unter ein ausgerechnet Himmler. Getreuste der Treue. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Goring, ja. Er war korrupt, immer schon. Speyer, ja. Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler. All die anderen, ja, 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 ja. Aber Himmler. Ja, ist der Welt wahnsinnig geworden. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fägelein sehen. Sofort. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Fägelein!